Es gibt eine geniale Methode, die eigentlich aus der Wirtschaft kommt, die aber, wenn du das geschickt einsetzt, wie ein Turbo ist für deine Karriereentwicklung. Und zwar heißt das Projektmanagement. Ja, gibt es natürlich aktuell auch ein paar interessante Beispiele eines fehlgeschlagenen Projektmanagements. Aber die meisten, also 99 Prozent aller Projekte in Deutschland, werden eben zum Erfolg geführt. Und das liegt mit daran, dass man das mit dem Projektmanagement kombiniert. Das ist eine große Sache, kommt eigentlich, wie gesagt, aus der Wirtschaft. Aber ich arbeite ja auch mit Künstlern, Musikern, Schauspielern, Sportlern zusammen. Und wir haben festgestellt, dass dieses Projektmanagement einfach wie ein Turbo ist für deine eigene Karriereentwicklung. Wie funktioniert das Projektmanagement? Das sind vier Phasen. Die Projektdefinition, die Projektplanung, die Projektdurchführung und der Projektabschluss. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, hier das so einzusprechen. Es gibt dazu ein Übungsblatt. Das kannst du dir runterladen auf iwadb.de, also ichwillaufdiebühne.de, Projektmanagement. Da ist es genau erklärt und auch die einzelnen Schritte, wie man das so macht. Ich will dir hier nur das wirklich ans Herz legen und sagen, das ist wirklich eine ganz sensationelle Methode, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für deinen Durchbruch massiv zu steigern. Also wenn du dieses professionelle Tool aus der Wirtschaft eigentlich, wo Riesengroßprojekte, die Millionen, zig Millionen Kosten zum Erfolg geführt werden müssen. Da haben sich also schon viele Menschen den Kopf darüber zerbrochen, wie können wir die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern, wie können wir sicherstellen, dass dieses Projekt klappt. Wenn du dir davon einfach eine Scheibe abschneidest und dieses Projektmanagement für deine eigene Karriereentwicklung nutzt, hey, dann hast du wirklich ein sehr mächtiges Tool und ich kann dir das wirklich nur empfehlen. Mach das mal. Sieh deine Entwicklung als Projekt an, definiere das Projekt, such dir messbare Meilensteine und Zwischenziele und Etappen und geh dann dein Projekt eben professionell an. Und nachher am Ende, Projektabschluss, ja einfach mal die Auswertung, warst du ein guter Projektmanager, was kannst du lernen für deine nächste Projektdurchführung.